Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und zwar gibt es heute wieder einen Semi-Solo-Easy-Duplication-Glitch. Und zwar könnt ihr diesen Glitch solo machen, könnt ihn aber auch mit einem Freund machen. Mit einem Freund zu machen werdet ihr aber auch gleich sehen. Ihr begibt euch als allererstes mal in eine Einladungssitzung, wenn ihr es mit einem Freund machen wollt. Und wenn ihr es solo machen wollt, in eine öffentliche Sitzung. Als allererstes braucht ihr einmal dieses Apartment hier, wo ich mit dem Fänger gerade drauf zeige. Und zwar ist das dieses Spanish Apartment. Dieses braucht ihr ganz einfach. Kauft dort am besten die teuerste Garage. So habt ihr am meisten Blitze. Außerdem braucht ihr einmal eine Autowerkstatt mit der gleichen, die der Freund hat. Das heißt, der Freund braucht die gleiche Autowerkstatt wie ihr. Und muss sich auch während dem Glitch die ganze Zeit in der Autowerkstatt befinden. Das ist auch ganz ganz wichtig, sonst dupliziert sich der Easy am Ende nicht. Außerdem muss das Apartment komplett voll sein. Am besten mit L.A.G.s, so könnt ihr die meisten Kopien rausbekommen. Und stellt auf jeden Fall auf einem Platz in dem Apartment euren Easy, den ihr duplizieren wollt. Ihr lauft jetzt ganz einfach in dieses Apartment einmal rein. Und fahrt mit dem L.A.G. raus. So, wir sind am Apartment angekommen. Fahren wir mit dem L.A.G. einmal aus der Garage raus. Und wenn wir draußen angekommen sind, machen wir nun, wenn wir draußen angekommen sind, folgendes. Und zwar lagern wir diesen L.A.G. ganz einfach wieder ein. Wir steigen einmal aus diesem aus. Lagern ihn auf Fahrzeuge einmal wieder ein. Und dann bestellen wir unseren Easy aus dieser Apartment bzw. aus dieser Garage einmal raus. Ohne Easy ist angekommen. Fahren wir mit diesem einmal in die Autowerkstatt des Freundes rein. Das heißt, wir steigen einmal ein und fahren zur Autowerkstatt. An der Autowerkstatt angekommen. Fahren wir einmal in die Autowerkstatt des Freundes. Gehen hier auf andere Autowerkstatt beitreten. Treten der Autowerkstatt einmal bei. Und nun spawnen wir auch schon gleich im Tuning-Menü von Easy. So, wir sind jetzt hier angekommen. Und zwar sehen wir jetzt hier das Tuning-Menü. Dieses können wir auch ganz einfach auf Kreis und X verlassen. Nochmal ganz kurz als Information. Und zwar solltet ihr keinen Minen-Mörser auf eurem Easy haben, wird sich das Kennzeichen, sobald ihr mit dem Easy rausgefahren seid, ändern. Das heißt, ihr braucht auch bei diesem Glitch kein iFood-Kennzeichen. Denn wenn ihr gleich draußen angekommen seid, hat dieses Kennzeichen sich geändert. Und das Nummernschild vom LG wurde einwandfrei übertragen. Das heißt, wir warten einmal, bis wir draußen angekommen sind. Und sehen jetzt hier, das Kennzeichen hat sich geändert. In meinem Fall habe ich jetzt einen Minen-Mörser drauf. Deswegen sehen wir das jetzt hier nicht. Aber in eurem Fall, falls ihr keinen drauf habt, seht ihr, das Kennzeichen hat sich geändert. Um die Kopie jetzt abzuspeichern, fahren wir einfach wieder in die Garage von dem Apartment rein. Und sehen dann auch schon, dass keine Fahrzeugvollmeldung kommt. Das heißt, wir haben das Ganze geschafft. Und jetzt sehen wir auch hier schon zwei Kopien, beziehungsweise einmal das Original und einmal die Kopie. Und können jetzt wieder in den nächsten Elegy und können somit die zweite Kopie machen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einfacher Glitch, wenn nicht sogar der schnellste und der beste, den wir in letzter Zeit hatten. Und deswegen lasst doch gerne mal an dieser Stelle hier einen Daumen nach oben da. Auch gerne mal ein Abo. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Haut rein. Bis dann, euer Kudix. Und noch viel Spaß beim Tupen. Bis dann, euer Kudix.